Tesla-Preiserhöhungen kommen hier in Europa, aber nicht für Deutschland. Und die Gründe dahinter, warum Tesla die Preise in Deutschland nicht erhöht, die werden wir uns heute mal ganz genau um 17 Uhr in meinem Video dazu anschauen. Eins kann man aber schon einmal festhalten, es hat mit den Zulassungen und auch der Nachfrage zu tun. Im Vergleich zu Deutschland gibt es in vielen anderen Ländern eine große Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen. Deswegen kann man sich es leisten, auch dort die Preise etwas anzuheben. Die Preise sollen durchschnittlich bis zu 2000 Euro teurer werden für das Model Y.